ja ich hab mal die kamera angemacht weil ich sie da hinten bei campingstühle im wald mal gucken was das ist ok party area na gut ich sag mal kein problem wenn man sich hinsetzt ein bisschen party macht aber sieht sehr vermüllt aus hier ja an alle die so durch den wald mal spazieren gehen einfach mal den müll mitnehmen wenn man ganz cool ja dann war das mal wieder so ein kleines urbex quickie quasi nichts besonderes ciao